und das immer wieder die Projekte aus der Saison was ist das denn jetzt wieder aber ich will sein dschungel 8 die Kerle okay und tschüss ja die sind netz da gibt es ein schönes Brutal Mario Level 8 das verkennt er gar nicht achter fällt mir ein nein ich bin ein Dächtiges Tollmann Brutal Mario nächster der von den fünf Zuschauern ja genau wer von denen die werden ausschlaggebend sein oh fuck ja fuck ja fuck ja also pass auf ich werde einen Kommentar schreiben unter dem Video Brutal Mario und einen Kommentar nicht Brutal Mario und dann werden wir mal gucken welcher mehr Daumen hoch bekommt ja ja ne also da du weißt dass die Daumen hoch erst ab 4 oder 5 überhaupt angezeigt werden ja das krieg ich hin das krieg ich hin erinnere mich da bitte wirklich nochmal dran ich hab da schon so ne Idee ja ne sag's nicht laut ja dann wenn ich's nicht laut sagen soll dann belassen wir das Thema jetzt ja ich mach dich ich berete das dann nachher wir werden nicht mehr aufnehmen mit dir ja natürlich so das machen wir dann und dann wirst du ja sehen wer da die meisten bekommt so wir haben offenbar nicht gespeichert ne naja ich glaube schon haben wir ich hab gespeichert gut jetzt darf ich mal dahin laufen ach stimmt dann lauf mal guck mal das ist das Level vorm Final Ding ne ja das ich glaube da kommt aber noch das äh unter Wasser das Röhren Level ja ja klar da kommt dann die Final Welt in dem Schloss drin aber nein ich mein da kommt auch noch ein anderes Level oder das ist nicht das letzte Level ne ne da kommt noch ne ganze Welt oder ne ne ganze Welt kommt jetzt nicht mehr da kommt dann schon der Boss der Boss in der Welt ist Kairulen Stein aber es kommt noch ein Level nach dem Level meinst du ja ja und zwar diese diese Abfluss Dingens da zeig mal wo ist denn das da ach da ja hm hast recht hast recht hast recht hast recht stimmt ich dachte das Schloss wäre nochmal ne Welt aber wir sind ja schon in der Schloss Welt ne Welt ist es auf jeden Fall ja alter ne Welt ist es nicht mehr aber ich glaube das ist dann nur noch der Kairulen Stein Boss und dann kommt halt noch die Special World wenn wir alle äh die Special World sag ich schon die Lost World wenn wir alle ach das bewegt sich ja gar nicht nein warum ach so warum sollte sich das bewegen na na weil es in dem anderen Level doch das nein 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 verdammt verdammt der muss zu sein weil es in dem ja ja ne tu dir keinen Zwang an ach ich spiel ja 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 oh das ah die sind assig wie das mich aufregt ey in Blutel Mario haben die nicht so ne blöde Engine aber du kannst ja fliegen ne oh du kannst das mal nutzen in Blutel Mario haben die nicht so ne blöde Engine die Viecher komm komm alter jetzt nicht wirklich oder schön spring mal ich spring doch schon im Bett drück mal drehen ja ok sehr gut oh oh alter flieg doch drüber flieg doch drüber flieg doch drüber flieg doch drüber lauf doch nicht hat man das gehört was na ok aufs betthauen hört man nicht ich hätte auf dem Tisch ach so das dumpfe ja naja bisschen also ein Schreiber lauter sagen was mal so ja ne so doll darf ich aber nein mach man ey krieg ich Erko von dir der fehler ist der fehler den ich mache mich fällt mir gerade auf der fehler wo läufst du hin ich will auch mal den wasserfall runter ja wiii das wäre super das wäre super ich sag jetzt gar nix ab jetzt so da haben wir es erstmal ja du sagst gar nichts so wie bei King Kong Ghul erste Phase überstanden dann ok aber du sagst nichts hey sehr gut sehr gut du bist weiter als ich gewesen war auf jeden Fall gut war auf jeden Fall gut so das hat man jetzt gehört war auf jeden Fall geskillt ja geskillt ist was anderes aber den Schlag hat man jetzt gehört also jetzt kann ich das mal kurz üben wenn der mich jetzt so hat wenn ich dann wegdrehe und dann weg springen ja na fuck ja ooooh toll das ist ja toll geübt das habe ich toll geübt ja alter gibt's das denn ach ich muss ne aber ich muss jetzt hier oh Gott jetzt hatte ich mich grad wieder so schön hingelegt du darfst wieder zu dann leg dich nicht hin bist du jetzt eigentlich auch im Bett oder 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 was ja jetzt wieder weil ich hier drüben bin aber dann muss ich dann wieder umziehen was wie kann man denn im Bett spielen das verstehe ich gar nicht na so halb liegend halb sitzend ja das ist epic dafür spielst du aber echt gut dann also könnte ich gar nicht ich muss sitzen richtig am Tisch sitzen natürlich du kannst fliegen du kannst ja 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 ich kann ich kann auch offen ich kann auch wenn ich keinen Tisch hab im Bett Laptop aufs Kissen und dann so spielen nennen wir mal bitte wenn weiß ich nicht mal eine Weile den Charakter wechseln weil Dixi wäre hier echt super mit ihren Fliegzeugs wenn du es nutzen würdest ja hast recht können wir dann machen ja also entweder du fliegst halt oder ich will zumindest mal probieren ob ich es besser hinkriegen würde wenn es dann Dixi war ja ich kann jetzt auch gucken ob es jetzt man muss halt ja genau so jetzt okay jetzt aber ich kann auch um im 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 ja was weiß ich ich kann auch abends im bei irgendwelchen wochen aus wochenausflügen ja da kann ich auch abends Laptop aufs Kissen und dann so zocken es geht auch also das ist also nee das könnte ich nicht also im Liegen dann so auf dem Bauch da kann ich überhaupt nicht spielen dann bin ich halt nur schlecht auf einmal also äh oh Gott das klang jetzt wieder so angeberisch da bin ich auf einmal nur schlecht haaa ich bin ja so zu gut ja nein sollte natürlich nicht so klingen fliegen ja dann spiel du jetzt Dixi dann ok dann wechseln wir jetzt und und warte 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 so und ach ja drauf kann ich nicht wechseln genau auf der Plattform natürlich so hier da wird es gehen ja ok so ja ich dachte wenn man auf dem steht kann man vielleicht nein ach ich dachte wenn man auf dem steht kann man vielleicht wechseln naja du musst rein ach und das noch ja ich hab gefailt da ja genau du kannst ja auch mit kiddie spielen ist ja kein problem ja stimmt aber automatisch dran weil ich nein nein eben nicht weil ich fahr ja rein durch die Dinger ja und dann bin ja ich automatisch dran danach stimmt ja 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 jetzt natürlich nicht weil jetzt sind wir zum gefühlten tausendsten Mal in diesem Video Game Over ach ist das schön nein alter boah ich will in diesem Level dieses Level noch schaffen in diesem Video wollte ich sagen in dem Level des Level hm in dem Level das Video noch schaffen das heißt wir brauchen noch ganz lange wir schaffen dem Level das Video noch ne aber guck mal wir sind nicht mehr bei Midwaypoint ach fuck ach fuck ach fuck wir sind nicht mehr bei Midwaypoint das ist ja noch der einfache Teil wahrscheinlich fuck ja fuck kann man das auch nennen wer das Ding macht geschützt mit dem Schild dazwischen ach gibt's das denn ey ja sehr geschützt also so kann definitiv kein Kind bei entstehen muss man sagen sehr vorbildlich das stimmt ja genau hier guck wie das aussieht oh Gott ne oh Gott ne puh alter was ist das an was ich wieder denken muss ey warum ist das so assig so jetzt wirklich mal ruhig und langsam hoch und warten so und uah ok ganz ruhig ganz langsam ganz langsam ok so geht's so geht's so und einmal hier drauf und langsam langsam und langsam wir haben ja überhaupt kein Zeitlimit was soll was soll der Stress fuck 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 richtig fuck was gibt's denn nicht ne aber es ist sehr interessant wenn dann immer diese ganzen diese ganzen hier diese diese Wolken da aufkommen dieses explodierende Zeug sieht sehr interessant aus und wenn der einmal einen hat dann ist vorbei dann ist so vorbei das ist doch echt wer denkt sich so ne kacke aus das ist dann kurzes vergnügen dann ist man gleich in der grube so jetzt ganz langsam nach drüben okay dann geht's da kommt mein problemlos wieder raus wenn man ganz langsam nach links drückt so du kannst mich mal du kannst mich auch mal war nein 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 ach man ich hätte auf ihn drauf gesollt ey da lasse ich mir schon dick sie geben und dann fähig trotzdem wie so ein arsch gibt's das denn obwohl ich weiß jetzt gar nicht wie ein arsch fehlt äh weißt du da naja das mir fällt nen arsch lassen wir das lassen wir das wir partieren wenn das thema gar nicht oh schade keines solchen themen sind doch toll nein nicht im let's play ah alter ich kann noch weiter erläutern wie die dann hier eilen den Affen immer ach man das gibt's doch nicht ich hab keine Lust mehr auf dieses Level interessant wird diese These dann natürlich wenn einer von rechts und einer von links kommt dann ist das schon ja dann geht das schon in die Richtung äh ja ich glaub ich muss ähnliche Warnungen unter die Videos schreiben wie bei dir das aber ich versteh das nicht warum die Affen das zulassen dass sie das ich meine wir beide total bullshit in den Videos reden 3 Sekunden vergnügen und dann sterben also das äh na ne das das ne das versteh ich auch nicht und ich meine mit Schild dazwischen NEIN JETZT MANN ich war doch oben haa 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 mit Schild dazwischen macht das überhaupt keinen Sinn Alter jetzt fang ich schon an wie du das gibt's doch nicht ja genau oh Gott Alter so ne aber ernsthaft also wir sind gleich wieder game over und wir kommen in dem Level überhaupt nicht vorwärts ne aber überhaupt nicht und don't fuck with me ach du spielst ja natürlich ja stimmt hast ja recht obwohl ich Dixie bin bringt's mir überhaupt nichts gibt's das denn ach endlich mal wieder hier gibt's das wow wow so jetzt ganz ruhig und auf ihn drauf einfach nur nein und weg und weg und auf ihn drauf ach du heilige du kannst fliegen naja da ist gut dass ich Dixie bin wie weit ist das ok soweit und nein 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 oh aber es wär eh dann Nullheben gewesen da hätten wir eh nix mehr gekonnt spiel ich jetzt ja ja hallo nein nicht schon wieder ja hier hier ist hier ist da sterbe ich nicht dabei nee das ist das das akzeptiere ich dann so nein so einmal noch bis zum game over und dann ist Schluss dann langt's mir aber dick was für ein scheiß level dass die da kein schlechtes gewissen haben dabei was für ein oder sind wir einfach nur doof eins von beiden ja aber scheiße ich hasse das eigentlich wenn ich selber mich immer über Leute aufreg die spiele als schlecht bezeichnen nur weil sie es nicht können und selber mache ich es genauso ah es ist nicht schlecht ich hab gesagt scheiß level ja es ist nicht schlecht nein das ist total positiv ja das level ist halt nicht schlecht scheiße ist nicht schlecht scheiße ist halt naja nein 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 oh god was ich bin schon hier ja jetzt musst du fliegen wieder fliege wie die fliege übrigens nachher nächsten Part müssen wir erst mal muss ich erst mal umziehen ins Wohnzimmer ne weil hier war grad jemand im Zimmer und der gesagt hat ja umziehen so ne ja doch Gott sei Dank so wie lange geht der Part noch wie lange nehmen wir schon auf wir nehmen auf ach puh wie lange willst du nicht wissen wie lange 15 Minuten ja dann müssten wir nach dem Tod nach dem nächsten Tod dann äh mal weil wegen und so ja aber wenn wir jetzt wenn wir also ich würde das Level gerne noch beenden und dann auch die Aufnahme also weil ja stimmt dann reicht dann auch wirklich du wolltest ja vorhin schon nicht mehr ja wir wollen ja auch noch Siegwild spielen nein 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 aber du hast da noch Lust Siegwild spielen nein ja nein das ist dann äh das spiel wird dann besser und die Level werden schwer aber das ist dann puh aber wir schaffen das jetzt noch und wenn ich jetzt ein Save State setze ich an der Mitte alter nein nein ganz lang ganz 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 schwach ja ja sehr gut sehr gut sehr gut da hm also das Dixi habe ich auf jeden Fall mehr Chancen pf oh ich war es nicht alter was äh das war nicht so geplant habe ich gemerkt dass ich ins Hetze ne egal das erläuter ich jetzt auch nicht da wäre ich dir sehr dankbar hm hm ich weiß nicht was das gerade sollte egal so jetzt ganz langsam ich bin doch schon recht weit gekommen ne ich war doch hier war ich doch schon alles drüber aber bis bis hier guckt den Part eh keiner mehr also es ist ja egal das ist ja egal ich will es ja trotzdem schaffen ja ne ich mein wegen dem Pusten ne achso nein nein uuuu uuuu verdammt gibt's doch nicht ich will diesen verdammten Level jetzt weg haben doch das gibt's siehst du doch aber ich weiß nicht ob du als Kitty da wirklich weit kommst oh ich bin ja so ein Kitty ja nein du brauchst den Typ dafür ich bin Kitty du hast mich Kitty genannt du heißt nun mal Kitty ja entschuldigung ne Spaß ich bin ja auch ein Kitty im Moment wir haben nur noch ein Leben ich will nicht diesen Anfang nochmal machen ich bin nehme ich ja jetzt auch total wegen Kitty deshalb ne Kitty ist noch schlimmer glaub's mir das ist noch nicht das ist nicht Kitty das ist das nur aufgedreht Kitty ist wesentlich schlimmer Kitty ist höh ich laufe jetzt hier und 5 Minuten lang die Treppe rauf und runter das ist Kitty auuuu ja Niko danke war ja gar nicht laut auuu und jetzt hört man dich übrigens gerade nicht mehr weil du es übersteuert hast also falls du redest man hört dich übrigens immer noch nicht fuck this shit wo kommen wir raus ich will da wieder hin und jetzt wieder das hörte ich immer noch nicht alter ist das krass war das hier das Fass ja und dann hörte ich immer noch nicht das gibt es doch nicht irgendwann müsste sich das doch wieder regulieren naja dauert wahrscheinlich ein Weilchen wird man mich jetzt wieder nein ach man boah wie lang ist der Part schon wieder gleich 20 Minuten wird man mich jetzt wieder ne wir machen das Bonus später ich hab keinen Bock mehr ernsthaft wird man mich jetzt wieder 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 ich will nur noch dieses verdammte Level beenden geh ne das muss es doch jetzt gleich gewesen sein ach leh nicht der Kerl ich werd so sterben und nochmal werde ich nein 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 hört man mich jetzt wieder es geht ja ein bisschen okay ich labere jetzt nämlich schon seit 2 Minuten und die ganze Zeit hört man mich nicht ja jetzt hört man mich wieder besser hört man mich jetzt wieder besser tu mir einen Gefallen und wechsel bitte zu mir du kommst als Kitty da eh nicht durch und ich will dieses letzte Leben nicht verlieren danke und was machen wir wenn ich jetzt sterbe ach fuck ich will nicht sterbe hört man mich jetzt auch wieder normal ja jetzt ist wieder alles gut ich setze jetzt ein Save State ich hab die Schnauze voll von diesem Level ganz ehrlich es reicht mir wir benutzen Save States es reicht mir sowas ja und wenn ich jetzt Ladestürz das abwetten danke gut hier ist das Video beendet wir sagen tschüss und sehen uns beim nächsten Mal wieder an der Mitte ach man alter das geht's doch nicht